So, und wieder da mit dem nächsten Teil. Und wie sollte es auch anders sein? Da ist unser Team. Und dabei! Hallo, Feuer! Feuer doch, Feuer doch! Ja, danke! Also, das darf nicht wahr sein. Also, es ist unglaublich. Ja, was? Wie bitte? Nee, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, Freunde. Das kann jetzt nicht wahr sein. Freunde, ich werde das schneiden. Wenn ich wieder da bin, melde ich mich zurück. Bis gleich. So, da sind wir wieder, Freunde. Ich bin ein wenig weiter und ich habe gerade die zweite Kiste gesehen. Oder entdeckt, für mehr. Ja, die ist nämlich da gewesen. Und die ist hier unten gewesen. Da bin ich per Zufall hingekommen, weil ich hinten auf der anderen Seite runtergefallen war. So. Äh, Moment, jetzt muss ich noch schnell was ändern. So. Weiter geht's. Dann geht's hier jetzt rein. Ja. Komme ich nie hin. Käse. So, und hier sind wir jetzt vorsichtig. Willkommen zurück. Dahin ist eine Leiter. Aber die nicht bis ganz unten hin reicht. Und da unten ist es schon. Wow. Okay. Ja, er ist ja gut. Ha, 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 ha. Ist zwar nicht so im Sinne des Erfinders. Ha, 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 ha. Ne, he, 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 he. Leitersteuerung. Guck er an. Na. Zieh mal einer an. So, hier unten gibt es sonst nichts mehr zu tun oder zu finden. Nein. Okay, dann können wir hier hoch. Dann hier rüber. So. Das heißt, hier geht's jetzt weiter. Aha. Wo geht's da hin? Ach, guck er an. Bereits maximo. Oh, okay. Boah. Sag mal, wo ist mein Team? Wo stehen die alle? Sag mal, geht noch? Du Vollidioten, ey. Mann. Ey, aber sauer hier. Lass mich doch mal alle hier sterben. Ah, guck er an. Alle Generationen unserer Nachkommen danken Ihnen. Unendlichen Dank von all unseren kommenden Generationen. Haben alle Ihre Gruppen überlebt? Ich weiß es nicht. Der Rest ist zurück zur Oberfläche gegangen. Zurück zur Oberfläche? Warum haben Sie das getan? Als die Tunnel zusammenbrachen, dachten Sie, sie seien in der Aufbereitungsanlage sicherer. Warum? Ich weiß es nicht. Moment. Hat nicht der Idril vorgeschlagen, dorthin zu gehen? Ja, es war der Idril, der Ihnen riet, dorthin zu gehen. Und Sie vertrauten ihm. Er muss ein Spion gewesen sein. Und er führte Sie in den Tod. Tada. Chang, Sie und das Team werden die Überlebenden in Sicherheit bringen. Wo gehen Sie hin? Ich suche den Idril, den Sie erwähnt haben. Ja, natürlich. Ihr bleibt mal wieder alle hier und macht Picknick und ich da wieder die ganze Arbeit machen. Mich kaputt schießen lassen. Warum ist denn hier eine Leiter? Okay, soll ich da etwa rüber? Ah, ja. Haha. Zwei von zwei Schiffen, das ist ja mal geil. Und ein Versteckbräuer noch. Hm. Wo kamen die bloß her? Ja, das ist die Frage des Jahrhunderts. Danke für die Linie. Leitersteuerung. Ne, da will ich aber nicht hin. Vermute mal, dann geht's da weiter. Ich will hier nochmal lang. Das war... Da ist das. Keine Kiste mehr. Da ist sie. Eine muss ich noch. Eine einzige. Aber wo ist die? Und vor allen Dingen, was passiert dann? Da ist zu. Von da kamen wir. Halten Sie die Wesen auf, bevor wir alle drauf gehen. Na, hab ich doch schon. So, hier war auch keine Kiste mehr. Da rüber kommen wir nicht mehr. Oder doch? Nein. Okay. Schade. Ich hätte zu gern gewusst, was es mit diesen Kisten auf sich hat. Ich denke mal, wenn wir da jetzt weiter runter gehen... Hoppala. Ah, cool. Da können wir doch noch hin. Können wir uns hier direkt wieder aufladen. Und das ist zu. Okay, da unten habe ich auch eine Kiste gefunden. Jetzt darf ich mich hier nur nicht verrennen. Kisten, Kisten, wo seid ihr? Gar nicht? Hier vielleicht? Nein. Und das ist er wieder. Schade, 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 Freunde. Schade, schade, schade. Da ist sie! Wie geil! The door has opened elsewhere. Eine Tour hat sich gehört mit irgendwo. Das ist ja mal geil. Ja, das war ja das richtige Zufall. Aber wo hat sich jetzt eine Tür geöffnet? Und woher weiß ich, dass es DJ ist, die vorher noch zu war? Fragen über Fragen, Freunde. Fragen über Fragen. Ich würde sagen, dies ist dann ein schöner Zeitpunkt, um hier Schluss zu machen. Nee. Und dann werden wir uns im nächsten Teil mal um diese Tür kümmern. Vielleicht finden wir sie. Also, in diesem Sinne. NRW bei 18 Adieu. scraping kinderlich. muitogen. Danke. Danke zum Steheps Son.